Und im Rahmen des Rechnungswesens sind einige Begrifflichkeiten bzw. gibt es hier zahlreiche Begrifflichkeiten, mit welchen sie regelmäßig konfrontiert werden und diese aber dementsprechend auch dann in weiterer Folge voneinander abgrenzen müssen. Und hierzu zählen beispielsweise die Einzahlungen und Auszahlungen, aber auch Einnahmen und Ausgaben, der Ertrag und der Aufwand, sowie Leistungen und Kosten. All diese Begrifflichkeiten sind voneinander abzugrenzen und kommen in unterschiedlichen Teilbereichen des Rechnungswesens zur Anwendung. Starten wir zuerst vielleicht mit Ein- und Auszahlungen. Ein- und Auszahlungen sind Begrifflichkeiten aus der Finanzrechnung bzw. auch aus der Investitionsrechnung. Also die kommen beispielsweise wirklich bei Investitionsentscheidungen oder aber auch im Rahmen der Liquiditätsplanung zum Einsatz. Und hierbei handelt es sich um Begriffe, welche vor allem auf die Zahlungsmittel eines Unternehmens abzielen. Eine Einzahlung kann dementsprechend dann als Zufluss und eine Auszahlung als Abfluss von liquiden Mitteln verstanden werden. Wobei an dieser Stelle unter liquiden Mitteln die Summe aus dem Bargeld und dem jederzeit verfügbaren Sichtguthaben verstanden wird. Also beispielsweise oder ein Beispiel für jederzeit verfügbare Sichtguthaben wäre zum Beispiel das Guthaben auf dem Bankkonto. Oder vereinfacht gesagt sind Ein- und Auszahlungen immer dann gegeben, wenn sich das Kassa bzw. das Bankguthaben dementsprechend verändert. Und wenn wir uns hier die mathematische Formel etwas genauer anschauen für Ein- und Auszahlungen, so haben wir hier eben Kassa plus Bank ergibt dementsprechend die Zahlungsmittel. Und wenn sich die Zahlungsmittel erhöhen, haben wir eine Einzahlung und wenn sich die Zahlungsmittel vermindern, also reduziert werden, dann sprechen wir von einer Auszahlung. Und im Unterschied zu Einzahlungen und Auszahlungen gibt es dann eben auch noch die Begriffe Einnahmen und Ausgaben. Und diese Ein- und Ausgaben beziehen sich eben nicht auf die Zahlungsmittel, sondern diese beziehen sich auf das Geldvermögen. Und für die Berechnung des Geldvermögens können wir auf diese Formel hier zurückgreifen. Also das Geldvermögen wird berechnet, indem wir unseren Zahlungsmittelbestand um die Forderungen erweitern und dementsprechend dann auch die Verbindlichkeiten abziehen. Und in diesem Zusammenhang ergibt sich dann eben das Geldvermögen. Also Zahlungsmittelbestand plus Forderungen minus Verbindlichkeiten haben wir Geldvermögen. Und eine positive Veränderung des Geldvermögens wird als Einnahme und eine negative Veränderung, also eine Verminderung des Geldvermögens, wird als Ausgabe bezeichnet. Ja und als drittes haben wir dann eben noch das Begriffspaar Ertrag und Aufwand, welches es abzugrenzen gilt. Und die Begrifflichkeiten Ertrag und Aufwand stammen aus dem Jahresabschluss bzw. aus der Buchführung. Und der Ertrag stellt hierbei den Wert aller erbrachten Leistungen einer Periode dar, wohingegen der Aufwand genau das Gegenstück darstellt. Also den Wert aller verbrauchten Leistungen einer Periode. Und der Ertrag und Aufwand dienen somit zur Berechnung des Ergebnis bzw. des Gesamtergebnisses eines Unternehmens. Und indem wir die alle Aufwendungen einer Periode vom Ertrag einer Periode abziehen, gelangen wir dann sozusagen zum Gesamtergebnis, also zum Gewinn eines Unternehmens. Ja und zu guter Letzt haben wir dann noch das Begriffspaar Leistungen und Kosten. Leistungen und Kosten kommen aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Und diese stellen eine betriebszweckbezogene Wertmehrung bzw. Wertminderung dar. Also quasi den Ertrag und den Aufwand der Kosten- und Leistungsrechnung. Als Kosten kann somit der bewertete Verzehr von Gütern und Dienstleistungen verstanden werden, welche aus der betrieblichen Leistungserstellung entstanden ist. Und im Gegenzug dazu haben wir eben die Leistungen und die stellen das Gegenstück eben dar. Und hier sprechen wir vom Wert aller erbrachten Leistungen im Rahmen der klassischen betrieblichen Tätigkeit. Und wichtig in diesem Zusammenhang ist dann eben auch noch zu wissen, dass der Ertrag und Leistungen sowie der Aufwand und Kosten eben nicht gleichgestellt werden dürfen. Der Grund ist relativ einfach. Wir haben in der Kosten- und Leistungsrechnung keine gesetzlichen Rahmenbedingungen. Bei der klassischen Buchhaltung oder doppelten Buchführung unterliegen wir gesetzlichen Rahmenbedingungen. So müssen wir beispielsweise in Österreich einen BKW auf 8 Jahre abschreiben. Und dementsprechend haben wir hier eben einen Aufwand, der auf 8 Jahre verteilt wird. In der Kosten- und Leistungsrechnung müssen wir diese gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht berücksichtigen. Also wir können hier wirklich das Auto oder den BKW auf jene Jahre abschreiben, in denen er auch genutzt wird. Also wenn wir die tatsächliche Nutzungsdauer beispielsweise bei 5 Jahre haben, so können wir hier eben diese Kosten auf 5 Jahre verteilen. Und wir müssen diese nicht auf 8 Jahre verteilen, so wie wir es in der doppelten Buchführung haben.